Hallo und herzlich willkommen zu online, hier ihr da draußen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich bin Shania und heute habe ich mir mal was anderes überlegt. Einfach weil ich gerne möchte, dass ihr mich ein bisschen kennen... Ich kann heute nicht reden. Einfach damit ihr mich ein bisschen besser kennenlernt. Leider habe ich nicht alles da, sehr viel liegt noch bei meinen Eltern oder glaube ich jedenfalls. Jedenfalls fehlt eine Menge. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich habe zu diesen ätzenden Kindern gehört, die ihre Zeichnungen und Bilder mitziehen, sie nicht ganz zu 100% zufrieden waren, immer zerrissen, zerknüllt oder teilweise sogar in den Ofen geschmissen haben. Also das ist schon sehr dramatisch, hat das gewesen damals. Ich habe also leider nicht die schlechtesten Bilder da, die einfach nicht mehr existieren. Ich habe also nur das Beste von damals immer da. Das heißt, sogar wenn ihr jetzt teilweise denkt, oh das sieht aber ganz gut aus. Das war halt auch wirklich die Ausnahme. Freut euch auf jeden Fall auf ein langes Video. Macht euch vielleicht einen Tee, holt euch ein bisschen Popcorn und ich würde sagen, lass uns anfangen. Oh, und an dieser Stelle möchte ich nochmal allen sagen, ich habe ja gerade erwähnt, ich habe früher all meine Zeichnungen, mit denen ich nicht zufrieden war, weggeschmissen. Leute, tut das niemals. Damals dachte ich, ganz gut, die ganzen Beweise dafür, dass ich nicht super talentiert bin, werden jetzt verschärbelt und versteckt, damit keiner das sieht, damit alle denken, ich bin diese krasse Künstlerin, die Meisterwerk nach Meisterwerk raushaut. Aber das ist im Nachhinein echt schade, weil ich spüre keinen Fortschritt in meiner Kunst, einfach weil ich den Vergleich nicht habe. Versteckt ist meinetwegen, verbuddelt ist irgendwo, markiert die Stelle, damit ihr es auch wieder findet, denn ihr braucht Vergleiche. Die fehlen mir und ich habe echt Schwierigkeiten damit, wie gesagt, herauszufinden, ob ich mich jetzt verbessert habe oder ob ich an einer Stelle festhänge. Also ja, jetzt aber, los geht's. So, ich glaube, ich habe jetzt alles gefunden, was in diesem Haushalt an Zeichnungen da ist. Übrigens, Gemälde zähle ich nicht mit. Auch wollte ich noch erwähnen, dass ich natürlich auch sehr viel so gezeichnet habe für Geburtstagsgeschenke, Jahrestagsgeschenke, Jahrestagsgeschenke oder generell, wenn ich nicht wusste, was ich jemandem schenken wollte oder sollte, dann habe ich ihm was gezeichnet. Meistens sein eigenes Gesicht oder das ihrer Kinder. Aber natürlich mit Liebe für alle, die das gucken, eine Zeichnung von mir bekommen haben. Ich zeige euch erstmal, welche Dinge meine Zeichnungen halten. Und das sind erstmal dieses Skizzenbuch, dieses Skizzenbuch, dieses Skizzenbuch, dieses Skizzenbuch, dieses Skizzenbuch. Dieser kleine Block, oder ne, dieser kleine Hefter, dieser große Hefter und diese Bazooka hier. Also, ich würde sagen, wir fangen bei dieser kleinen Mappe an und arbeiten uns einfach durch. Ich wechsle die Perspektive, damit ihr es auch sehen könnt. Und los geht's. Fangen wir also an. Und wie ihr sehen könnt, haben wir direkt am Anfang schon das aus... Oh, Spoiler! Das ist meine neuesten Videos. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, ansonsten verlinke ich das hier. Hier haben mein Freund und ich Tierchen auf Zettelchen geschrieben und zwei aus dem Behälter gezogen. Und ja, die beiden Tiere dann zu einem zusammengefügt. Ist ganz cool geworden. Hier auch ein Bild, was ich für ein Video gemacht habe. Das ist die Hilly Bieber. Und die habe ich gezeichnet für ein Video, in dem ich erkläre, wie mein Porträts zeichnet. Also, da oben findet ihr es. Hier habe ich versucht, mit einem Bleistift realistisch zu zeichnen. Das gefällt mir besonders gut. Und hier ein, wie ich finde, misslungenes Bild. Das ist eine YouTuberin, die ich sehr, sehr lange mochte. Die macht so Tiervideos. Und ich habe leider jetzt ihren Namen verges... Ah, Taylor Nicole Dean heißt sie. Super sympathisch. Aber leider habe ich sie nicht sehr vorteilhaft dargestellt. Deswegen vergesst, dass das da war. Hier ein Bild von Billie Eilish. Auch eins, was ich hier auf diesem Kanal gezeichnet habe. Das war aber nur so ein Draw With Me. Das ist so ein Speedpainting. Also nichts Besonderes. Ein paar Handstudien. Die habe ich, glaube ich, mal für die Uni machen müssen. Ah, und hier. Ich hatte eine Phase, wo ich immer super gerne in Skizzenbücher gezeichnet habe. Und dann, sobald ich was Hässliches in dieses Skizzenbuch gezeichnet habe, habe ich die schönen Sachen rausgerissen. Und ja, das war eines der schönen Sachen. Hier schon was Besseres in diesem einen Stil, wie ich auch die andere gezeichnet habe. Das war so eine Phase von mir. Da habe ich unheimlich gerne mit Wassermalfarben gearbeitet. Und dann jetzt Feinliner drüber skizziert, um das so ein bisschen so einen Retro-Look zu geben. Und ich finde es ehrlich gesagt ziemlich cool. Ihr werdet Melanie Martinez übrigens öfter sehen, weil ich bin ein Die-Hard-Fan von Melanie Martinez. Also macht es schon mal gefasst. Hier Tate aus American Horror Story. Und ja, ich heiße den gerade richtig rum, weil er ist aus American Horror Story. Und sein Slogan ist No Biscami. Also auf Deutsch, normale Menschen machen mir Angst. Richtig rumzustehen ist normal und der ist ja nicht normal. Und vielleicht habe ich es auch gemacht, weil sein Gesicht ein bisschen missraten geworden ist. Also nicht, keine Ahnung. Also so sieht er richtig rum aus. Irgendwas stimmt nicht und ich weiß nicht was. Und sobald man das Bild umdreht, ist das Problem weg. Das war eines meiner allerersten Bilder, wo ich versucht habe, hyperrealistisch zu zeichnen. Und ich war so stolz auf dieses Bild. Ich habe so lange dafür gebraucht. Bin dann runter zu meinen Eltern und habe es ihnen gezeigt. Und die waren super stolz und meinten so, wow, naja. Und dann haben sie es genommen und es ans Fenster gestellt. Und wirklich, ungelogen, eine Stunde später komme ich zurück und habe gesehen, dass eine Fliege draufgekackt hat. Seht ihr das hier? Das sind Fliegenkackers. Welche Fliege macht so was? Warum kackt man auf Zeichnungen? Das gehört sich nicht. Und ich habe schon versucht, das ein bisschen mit Tipphacks abzudecken. Aber es kommt immer durch. Also, ja. Bild von Jodie. Noch mehr in diesem Stil. Noch mehr ein Bild in dem Stil. Diesmal Aurora. Auch eine super, super Sängerin. Aber dieses Bild gefällt mir persönlich nicht so gut. Die sieht so blass aus. Auch wenn sie super blass ist. Aber auf dem Bild sieht es aus wie ein Fehler. Ah, und hier einmal Triss von Die Bestimmung. Also, ich lese ja unheimlich gerne. Und Die Bestimmung war tatsächlich das Buch, was mich wieder verbunden hat mit dem Hobby lesen. Ich habe früher Sternschaft gelesen. Das kennt ihr bestimmt. Und dann habe ich ganz lange nicht mehr gelesen. Und dann habe ich den Trailer zu dem Film gesehen und dachte mir so, komm, da gibt es ein Buch zu. Ich möchte gerne wissen, wie der Film geht. Dieses Buch hat dafür gesorgt, dass ich jetzt heute unheimlich gerne lese. Deswegen hat er immer ein Plätzchen in meinem Herzen. Und ich sollte übrigens noch sagen, dieses Bild ist auf Druckerpapier gezeichnet. Mit nur einem einzelnen Bleistift, weil wir da im Urlaub waren. Also, ja, für alle Leute, die sagen, ich habe aber kein fancy Papier und nicht 500 Stifte. Es geht auch ohne. Aber ich finde tatsächlich, also ich war damals 14, weil ich war 14, dass der Film rauskam. Und ich finde, dafür, dass ich 14 Jahre alt war, bin ich richtig stolz auf dieses Bild. Noch mehr Melanie Martinez und noch mehr aus einem Buch rausgerissene Seiten. Und das war vor allem voll die coole Seite. Guck mal. Ich bin so ein Eumel. Und noch mal Melanie Martinez. Und dieses Bild bedeutet mir ganz, ganz viel. So, das war das erste Bild, wo ich diese Taktik angewandt habe. Mit der Wassermalfarbe und mit den Finelinern. Und danach habe ich das super lange durchgezogen. Und ich muss sagen, ich keine Ahnung, ich finde, dieses ganze Bild hat einfach so einen coolen Vibe, weil ich das auch mit Klebeband hier festgeklebt habe. Die Ecke fehlt da oben nicht mal absichtlich. Ich gehe einfach nur richtig scheiße mit meinen Bildern um. Und ich finde, es ist irgendwie cool. Ich mag das sehr gerne, das Bild. Ich verzeihbe, wenn ich das jetzt falsch ausspreche, aber Tarotkarten. Tarotkarten. Ich habe versucht, diese Karten zu zeichnen. Ich wollte so meine eigene Kollektion machen. Früher stand ich da voll drauf. Mittlerweile weiß ich nicht mehr, wie man sie ausspricht. Obwohl ich sie immer noch super interessant finde. Und das war so die Skizze. Und hier habe ich versucht, das umzusetzen. Habe es nie durchgezogen, aber ich fand es trotzdem ganz cool. Aber ich glaube, ich muss auf jeden Fall noch mal auf diese Idee zurückkommen. Also ich fand das eigentlich ein ganz cooles Projekt. Aber ich muss mich zuerst mal ein bisschen damit auseinandersetzen, denn ich weiß, es gibt richtig die Leute, die da voll drauf fokussiert sind. Und ich möchte diese Leute nicht beleidigen mit meinem Unwissen. Oh, okay, warte. Da muss ich euch zuerst was anderes zeigen. Eines meiner größten Hobbys ist es, zu schreiben. Und ein Buch, das einzige ehrlich gesagt, was ich je beendet habe. Oder das einzige richtig große Buch, was ich je beendet habe. Das sind Illustrationen, die ich dazu gemacht habe. Ich war damals 13, als ich mit dem Buch angefangen habe. Dementsprechend sind die Bilder schon was älter. Ich meine, guck mal, man kann einfach durch dieses Blatt hindurch gucken. Und ja, das sind einfach, es gibt alles dazu. Alles Bilder, die ich gezeichnet habe für mein Buch. Weil ich das so gerne illustrieren wollte. Ganz viele Bilder für mein Buch. Ja, sogar das gehört auch noch dazu. Es war halt immer so ein ewiges Projekt. Es ist immer noch so ein Projekt von mir. Also ich bin immer noch dabei, das zu verbessern und zu verbessern. Weil ich meine, ich habe das Buch geschrieben, was ich 13 war. Habe es ein Jahr lang weggelegt. Dann habe ich es nochmal durchgelesen, dass ich 14 war. Habe Fehler gefunden, es verbessert. Und dann immer wieder und wieder und wieder. Mittlerweile habe ich das Buch dreimal neu geschrieben. Ja, ich habe sogar versucht, einen kleinen Manga daraus zu machen. Ich habe im ersten Teil sogar ganz cool hinbekommen. Aber ich habe schnell gemerkt, dass es viel zu viel Arbeit ist. Und ich bin ehrlich, dieses Cartooni, Mangamäßige Zeichnen, das liegt mir einfach nicht. Ich mag es voll gerne, aber ich habe wirklich Schwierigkeiten damit. Also irgendwann muss ich mich auf jeden Fall damit auseinandersetzen. Aber bis dahin drücke ich mich weiterhin davor. So, ein Selbstporträt und eine lustige Fliege. Das ist die nächste Mappe. Die ist noch recht neu. Die habe ich von meiner Mama bekommen vor, ich glaube, einer Woche oder so. Aber alles da drin ist super alt. Ehrlich gesagt, da habe ich keine Ahnung mehr, was ich da alles drin habe. Also ich mache mal alles raus. Also, zuallererst haben wir diese Meerjungfrau. Ich weiß noch ganz genau, wann ich das gezeichnet habe. Weil ich hatte, warte, ich will sie mal. Hier diese super fancy Stifte neu gekauft. Ich meine, gucke sie euch an. Ich habe sie immer noch. Und den muss ich natürlich ausprobieren. Dann habe ich diese Meerjungfrau gezeichnet. Anatomie hier, die ist fragwürdig. Und ich habe den Mund auch nie hinbekommen. Aber ich finde trotzdem die Idee ganz cool. Also ich glaube, ich muss das nochmal aufbessern. Also das Bild nochmal zeichnen. Aber jetzt fünf Jahre später. Und oh mein Gott. Oh, das hier, Damen und Herren. Ich präsentiere euch das älteste Porträt, was ich besitze. Dieses Bild ist von 2013. Das heißt, ich war 13 Jahre alt, als ich das hier gezeichnet habe. Und ich hatte auch davor schon Porträts. Aber wie gesagt, das waren all die Porträts, die jetzt weg sind, verschwunden. Ich weiß nicht mal, ob ich die zerstört habe. Ich wusste, dass ich die alle so super fein soll, weil ich in der Mappe hatte. Diese Mappe ist einfach verschwollen. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, dass ich sie habe verschwinden lassen und es einfach nicht mehr weiß. Und ach Gott, guck mal, wie schlecht ich mit meinen Bildern umgehe. Ja, auf jeden Fall, Carly Rae Jepsen. Das war so, sorry, wenn ich das falsch ausspreche. Das war so die Call Me Maybe Zeit. Und ich war ein kleines Fangirl. Was haben wir hier? Ach, eine Perspektivenstudie zu einer Dior Flasche. Oh, übrigens, da fällt mir ein, ich habe noch eine ganze Mappe an Zeichnungen, die ich für die Uni gemacht habe. Oder die ich während meiner Uni-Laufzeit gemacht habe. Die habe ich leider nicht hier. Die lagere ich in der Uni selbst. Und da komme ich im Moment nicht rein. Aber wenn ihr die gerne sehen möchtet, dann schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Dann überlege ich, ein kurzes, knappes Video zu meiner Uni-Mappe zu machen. Das ist bestimmt ganz interessant für die Leute. Oh, und übrigens, ich studiere Produktdesign. Damit ihr überhaupt wisst, was für eine Mappe das ist. Und hier ist auch ein kleines Projekt aus der Uni. Dieses Bild hier drunter ist tatsächlich eins, was ich vor Jahren mal gezeichnet habe. Aber dann hatten wir das Fach Linol-Druck. Und da mussten wir halt unsere Linol-Platten da benutzen, um coole Projekte zu machen. Und dieses Bild hat mir nie wirklich gefallen, was da drunter war. Und dann dachte ich, komm, ich hau einfach dieses Gitter und dieses Pflanzen-Ding drauf. Und jetzt sieht das da drunter umso besser aus, weil man die kaputten, falschen Details nicht sieht. Und ich hatte eine ganz gute Note bekommen. Also hat es sich gelohnt. Und noch mehr Handstudien. Hier noch ein Bild aus Kuli. Das ist Aurora nochmal. Oh, das ist auch ganz alt. Das ist, glaube ich, das erste Bild, was ich mit meinem Polychromus gezeichnet habe. Wenn ich das Bild nochmal finden würde, das ist ja ein Foto von irgendeinem Menschen. Das Foto habe ich aufgezeichnet. Dann würde ich das unheimlich gerne nochmal zeichnen. Ich möchte einfach sehen, wie ich mich verbessert habe. Ja, da steht hier kein Datum drauf, aber ich weiß, das war zu meiner Zeit in Bayern. Und damals war ich so zwischen 13 und 15 Jahre, glaube ich. 13 und 16, ich weiß nicht genau. Hier, das ist immer noch die Zeichnung, die eigentlich meiner Freundin Lisa gehört. Das ist Thomas Brody Singster aus The Maze Runner. Nude besser gesagt. Das ist auch ein Buch, was ich verschlungen habe. Ein Film, den ich akzeptiert habe. Und meine Freundin Lisa, die war voll verknallt. Oder die ist wahrscheinlich immer noch voll verknallt in diesem Schauspieler. Ich habe ihr dieses Bild gezeichnet. Und eigentlich hat es auch ihr gehört. Aber als ich mich für meine Schule eingemeldet habe, für meine Fachoberschule, für Gestaltung, habe ich dieses Bild mit abgegeben oder vorgezeigt, um zu sagen, guck mal, ich zeichne gerne. Und ich habe sie einfach nie wieder zurückgegeben. Sorry, Lisa, du bekommst es wieder, versprochen. Aber hier ein ganz aktuelles Bild. Das ist Ariana Grande, Goddess Woman. Michael, sie ist Mittelpunkt von The Universe und sie trägt The Universe und ist eigentlich ganz schön geworden. Ich finde nur leider, der schwarze Hintergrund verschluckt ihre Farben und macht sie ein bisschen blass. Also die sah auf jeden Fall besser aus ohne den Hintergrund. Aber der Hintergrund macht das Bild gerade aus, deswegen akzeptiere ich es einfach. Oh, und hier, es ist ziemlich neu. Aber da bin ich ziemlich stolz drauf. Das ist vom 5.3.2020, also vom letzten Monat. Jetzt gibt es auch ein Video, da habe ich erklärt, wie man Hals zeichnet. Ich habe dieses ganze Porträt für ein Video gezeichnet, also schaut es euch gerne an. Das war sehr viel Arbeit. Und ja, genau, da könnt ihr halt lernen, wie man Hals zeichnet. Und ich habe nochmal zusätzlich ein Video hochgeladen, wo ich sie einfach nur zeichne. Aber das ist nichts Besonderes, ehrlich gesagt. Ah, hier noch so eine Studie irgendwann. Guck mal aus der 11a. Ich bin so alt. Ich musste halt mit Tusche arbeiten und Stoff darstellen. Aber ich durfte auch Bleistift benutzen und ich habe diesen Knoten gezeichnet. Und ehrlich gesagt, mache ich die Knoten so gerne, dass ich das hier akzeptiere. Noch mehr Handstudien. Dieses Bild, nichts Besonderes. Maleficent habe ich nie fertiggestellt. Da die Krone ist nicht fertig, das klärt nicht. Ich habe das zweite Auge weggelassen, weil, keine Ahnung, ist auf jeden Fall ultra creepy. Meine Schwester, das ist Chiara, ist aber schon ein paar Jahre her. Mittlerweile ist sie ein bisschen älter. Ich glaube, damals war sie, ich will nicht falsch was sagen, 13. Jünger vielleicht sogar. Ich glaube, sie war jünger als 13. Mein allererstes Wassermalfarbenbild, das ist sogar mit diesen billigeren Lamy-Wassermalfarben-Palettes gemacht, die man so aus der Schule immer noch kannte. Und ehrlich gesagt, gefällt es mir bis heute. Ich finde, das ist richtig cool geworden. Und hier, da habe ich mich ganz in die Wassermalfarben vertieft, haben wir Jessica Jones. Und hier habe ich versucht, nochmal Aurora zu zeichnen. Ich hatte so eine coole Idee. Die stand da so richtig majestätisch und da schwimmt so kreis drumrum. Aber ich habe dieses Bild nie fertiggestellt, weil mir ihr Gesicht hier nicht gefällt. Das sieht ein bisschen blöd aus. Sie sieht auf jeden Fall natürlich viel hübscher aus. Und da habe ich mir gesagt, ich zeichne ihr das irgendwann nochmal neu. Aber ich wollte meine Zeit einfach nicht weiterhin an dem Bild verschwenden, weil das Gesicht im Eimer war. Meine Trichter dazu. Da befinden sich alle Bilder drin, die zu groß sind für meine Masha. Zuallererst haben wir hier drin, ich kann es gar nicht darstellen. Sorry, ich muss es so rumhalten. Haben wir ein Studiumblatt. Oder kein Studiumblatt, haben wir ein Ideenblatt. Das war aus der Forst noch. Da mussten wir zu Obst so ein Poster machen, um Obst anzuwerben. Dann habe ich es so ein bisschen rumprobiert und mich am Ende hier für diesen cringy Slogan mit Obst trifft man immer ins Schwarzte. Ja, dafür habe ich mich am Ende entschieden. Ich habe sogar eine richtig gute Note bekommen. Und ich habe sogar das Originalbild. Tada! Oh Gott, das passt hier gar nicht hin. Also ihr Gesicht sieht grausam aus, aber der Apfel ist ganz gut geworden. Oh, hier sind Studienblätter. Mit Warte, nein, das zeige ich euch nicht. Das kommt dann in mein Unimappen-Video dran. Aha! Meine Nase, mein Ohr, mein Dreiviertel-Profil, mein Auge, mein Mund. Und damals hatte ich sogar noch eine Zahnspange. Und hier aus dem Papperspektiven. Das Blöde hier war, dass wir keine Fotos von uns machen durften, sondern nur in den Spiegel gucken mussten. Deswegen diese komischen Perspektiven. Das hier musste ich auch in der Forst machen. Klasse 11b, ein Studienblatt zu einem Brötchen und einer Tomate. Das hier habe ich auch an der Uni gemacht und wir mussten ein Perspektivenbild machen. Und Leute, ich bin echt zufrieden mit dem Bild. Guckt es euch an, was das auf euch einwirft. 20 Stunden Arbeit für dieses coole Bild. Schaut es euch nicht zugenommen an, dann werdet ihr sehen, dass nicht alles stimmt. Aber jetzt ganz cool. Das ist übrigens auch eine Szene aus meinem Buch. Ich habe da direkt zwei Fliegen mit einer Klatsche geschlagen. Wir haben mir gesagt, ich musste ein perspektivisches Bild für die Uni zeichnen. Und ja, mein Buch heißt halt, die Stadt in der Schlucht. Das ist eine Schlucht und eine Staatseise. Ja, das habe ich auch in der Schule zeichnen müssen. Da hatten wir Menschenstudien, da haben sich immer Klassenkameraden von mir in die Mitte des Raums gestellt. Und da mussten wir die alle zeichnen. Hier ein Oktopus. Das war eigentlich in zwei so Bilderrahmen. Das habe ich rausgenommen und auf dieses Blatt geklebt, weil ich mich hiermit auch beworben habe in meiner Uni. Ein kleines Storybook, nichts Besonderes. Wir mussten in der Uni einen kleinen Werbefilm drehen. Das ist unsere Story gewesen. Ich habe ja vorhin gesagt, wir haben mit Siebdruck gearbeitet. Nicht mit Siebdruck, wir haben mit Linuldruck gearbeitet. Und das sind ein paar meiner Bilder. Ich muss es leider so rumhalten, es tut mir leid. Das sind zwei Damen. Das andere mussten so verschiedene Emotionen mit den Farben hervorrufen können. Die meisten Skizzenbücher hier vorne haben nur so fünf Bilder drin. Weil ich nicht gut da drin bin, Skizzenbücher zu führen. Eines Tages werde ich ein Skizzenbuch füllen und das werde ich mit euch zusammen machen. Nämlich mit dem hier ist nur ein einziges Bild drin. Die Szene aus Prinzessin Mononuka. Und ich habe ein Draw With Me hochgeladen mit diesem Video. Also mit einem Video, wo ich das hier zeichne. Es ist nicht so gut bei euch angekommen. Aber ehrlich gesagt ist mir das egal, weil ich möchte dieses Buch auf jeden Fall weiter hinfüllen. Und ich möchte auch das mit euch teilen. Also freut euch auf jeden Fall auf mehr Ghibli-Filmszenen. Das hier ist mein vollstes Skizzenbuch und mein ältestes. Verfischis. Dinos. Ein paar aus dem Internet geklaute Zeichnungen. Augen. Die habe ich auch aus dem Internet geklaut, ist das falsche Wort. Sagen wir, ich habe das Bild gesehen und ich habe es abgezeichnet. Also das sind keine Originalen. Leider. Das ist Original, aber man da jetzt so stolz drauf ist. Studien. Ach, wie hieß die nochmal? Jasmine. Langeweile im Deutschunterricht. Daran erkennt man, wie jung ich war. Weil wer würde das heute noch schreiben, außer man ist irgendwie sieben. Ein paar Totenschäle. Ein Octopus und oh, Dylan und Dennis. Darin sieht man auch, wie alt das ist. Das war damals ein aktuelles Bild und der kleine Kerl da, der ist mittlerweile deutlich älter. Spidees. Das finde ich eigentlich ganz cool. Da habe ich zweimal das exakt gleiche Bild gezeichnet. Einmal in Farbe. Einmal in schwarz-weiß. Das habe ich auch aus dem Internet geklaut. Das war ein eigenes Bild. Ein paar Haie. Und ab hier fing es an, dass ich es einfach meinen Freunden gegeben habe. Und sie konnten selber was reinzeichnen oder reinschreiben. Oh, das habe ich auch noch gezeichnet. Hier eine Mia-Jungenfrau. Das ist eigentlich ganz cool. Aber ich glaube, das ist auch nicht Original von mir. Ich weiß es nicht mehr, das ist schon so alt. Stitch, Wall-E. Oh, Selina. Die andere Selina. Hi, falls ihr das gerade guckt. Das hier, das hat auch nur zwei Bilder. Da wollte ich einfach meinen Freund abzeichnen, weil ich mag es gerne, Menschen live abzuzeichnen. Und den sehe ich am öftesten. Einmal Simon beim Zocken. Simon beim Fernsehgucken. Ist er nicht hübsch? Ganz nackig da. Das war es aber schon. Weil dieser Gerbe wirkt sich zu viel. Und zu guter Letzt. Dieses Skiz im Buch. Es fühlt sich irgendwie doch im Nachhinein noch sehr wenig an. Aber es liegt auch einfach daran, dass 90% aller Zeichnungen, die ich mache, verschenkt werden. Also diese richtig guten Zeichnungen, wo ich wirklich stolz auf bin, die habe ich halt selber leider nicht. Aber eigentlich ist es auch gut, weil Kunst sollte man teilen. Und nicht, wie ich es hier tue, in Mappen verstecken. Hier ein paar Skizzen zu. Männliche Oberkörper und Arme. Wieder ganz viele Hände. Zwei Ladies, Füße, Augen und Ohren. Und ich glaube, mehr ist hier auch nicht mehr drin. Aber das ist ziemlich aktuell sogar. Ich bin hier... Oh, doch, hier muss doch noch was drin sein. Was gibt es denn zum Haku-Bild gemacht habe? Ist auch ziemlich neu. Ist auch hier auf YouTube. Da ist das Video, was ihr sehen wollt. Ich mag es sehr. Das ist das erste Video, wo ich mein Gesicht gezeigt habe. Das bedeutet mir also ziemlich viel. Ja, wie gesagt, dieses Buch ist noch recht aktuell. Also ich arbeite da noch dran. Das heißt, das wird hoffentlich irgendwann voll sein. Aber jetzt ist es noch nicht so. Hey, es ist der nächste Tag. Ich habe gestern im Video leider vergessen, dieses Skizzenbuch hier zu zeigen. Es sind ein paar Seiten. Also zeige ich euch die mal schnell. Dann haben wir einmal das hier drin. Dann das hier. Das ganze Buch war irgendwie so dazu gedacht, dass ich Tiere, vor allem Tier-Skelette mit Menschen verbinde. Hier sieht man schon, dass ich langsam aufgegeben hatte. Hier ein Mädchen mit einer Spinne. Da ziehe ich nur noch eine Skizze. Hier auch noch eine Skizze. Das ist so ein Mädchen und ihr Kopf oben. Das ist ein Vogelkäfig. Ein paar Bisasame in verschiedenen Farben. Ja, keine Ahnung. Das mussten wir immer für Juni machen. Ein Wolf und die andere Seite sollte eigentlich so aus Blumen bestehen. Für ein Tattoo, für eine Freundin. Das war's schon. So, und das war's auch schon. Ich hoffe, ich habe euch ein wenig unterhalten können. Ich hoffe, ihr seid ein bisschen inspiriert und seht auch, dass ich nicht so perfekt bin, wie ich es gerne hier präsentiere auf diesem Kanal. Für alle Leute, die mich noch nicht kennen, abonniert mich gerne. Ich lade jeden Donnerstag ein Tutorial hoch und jeden Sonntag Videos wie diese hier, Draw With Me's, kleine Spielchen, andere Sachen, die auf jeden Fall aus einer Kunst zu tun haben, aber die ein bisschen lockerer sind und die vielleicht eher unterhaltend als leersam sind. Genau, werde gerne Teil des Teams. Schreibt ansonsten in die Kommentare, was ihr gerne sehen wollt. Ich versuche alles gerne umzusetzen, was ich umsetzen kann natürlich. Und ansonsten sage ich bis zum nächsten Donnerstag und auf Wiedersehen. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal.